Ja moin, raus aus der Stadt, rein in den Wald. Mein Name ist Alvo und wenn du Lust hast auf dieses kleine Video, dann bleib da einfach dran. Musik 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 Und hopp! Ja moin, Freunde, draußen an den Endgeräten. Ich möchte euch im Wald begrüßen. Wir fliehen heute regelrecht aus der Stadt in den Wald. Ich möchte euch auch gleich mal sagen, dass ich, also das C-Wort ist hier ein verbotenes Wort. Ich habe wirklich keine Lust mehr irgendwas darüber zu hören, zu lesen und so weiter und so fort. Und ihr habt ja auch mitbekommen, in letzter Zeit kamen relativ wenig Videos von mir bzw. gar keinen. Ihr wart leider nicht verwöhnt worden von mir. Das hat seine gesundheitlichen Gründe. Darüber möchte ich aber ganz am Ende vom Video sprechen, weil ich will euch jetzt nicht voll labern, wenn wir erstmal zusammen die Natur genießen wollen. Ein bisschen Holz finden wollen zum Schnitzen und dann noch ein bisschen zusammen kochen wollen. Musik 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 Aber es tut auch mal wieder gut, endlich wieder richtig Sonne zu sehen nach den letzten, ja sagen wir einfach mal grauen Wochen. Deshalb bitte ich ein bisschen die Überbelichtung zu entschuldigen, aber es ist mir gerade einfach angenehmer so in der Sonne zu sitzen. Was haben wir uns denn mal ein bisschen eingepackt? Ich habe uns heute mal wieder ein bisschen Erbswurst eingepackt. Die ein oder andere wird sich erinnern, da habe ich mal ein kleines Video zu gemacht. Die wird ja jetzt nicht mehr produziert, aber ich habe noch ein paar Reste zu Hause und dachte mir heute, ich nehme das mit, mit zwei Baguettes, die ich mir noch lecker beim Bäcker geholt habe. Und dann gibt es noch einen kleinen Tee am Ende, wieder Totally Tasty Tea Time Tour sozusagen. Und das werden wir uns jetzt mal ein bisschen schmecken lassen. Und dann gibt es noch einen kleinen Tee zu Hause und dann gibt es noch einen kleinen Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile relativ daran gewöhnt. Und nur noch mit Gas zu kochen, weil einfach, also du hast weniger Gefahr, dass irgendwas überschwappt. Dadurch kann natürlich weniger brennen. Das heißt, du kannst auch dir mit einem sicheren Renngefühl auf dem Waldboden das machen. Es geht schneller, es ist leichter, wenn du nur so einen kleinen Aufsatz hast und so weiter und so fort. Aber es ist Geschmackssache. Also vor allen Dingen aber auch wenn es kälter ist, das Gas finde ich deutlich angenehmer. Wobei aber natürlich Spiritus bzw. ein Feuer auch dann schon ein anderes Gefühl hat. Und vor allen Dingen ist es nicht so laut. Also ihr hört das ja, dieses... Das ist natürlich schon irgendwie anstrengend. Aber dafür dauert es halt auch nur fünf Minuten, bis die Suppe komplett warm ist und dann ist das wieder vorbei. Also ein bisschen Geschmackssache, aber mir gefällt das Gas mittlerweile ehrlich gesagt lieber. Das ist schon eine Lautstärke mit dem Gaskocher, wenn man dann richtig Gas gibt. Haha, Gas geben. Aber jetzt ist es ja vorbei und jetzt dampft es schön. Fantastisch warm. Wir probieren einmal ganz kurz. Oh ja, es ist heiß. Und dazu dann jetzt noch schöne Baguette-Brötchen vom Bäcker. Hör mal, so muss das sein, oder? Eine schöne heiße Suppe an einem kalten Frühlingstag mit einem Baguette-Brötchen dazu. Hör mal rein dippen. Mhm. Super. Geil. Ich saue mich natürlich gleich wieder ein wie so ein Schwein. Aber es ist einfach nur geil. Und es ist für mich die Definition von Low-Budget, keine Ahnung wie ihr es nennen wollt, Waldtag, Buschkraft, Wandertag, Spaziergang, hey Hund. Er will auch was abhaben. Wie ihr es auch immer am liebsten nennen wollt. Jetzt tu doch nicht so, als würdest du verhungern zu Hause. Kriegst mehr Essen, als du brauchst. An so einer Suppe kann man sich auch immer so schön die Hände wärmen. Das ist fantastisch. Lasst euch nicht von der starken Sonne trügen. Die sind gerade nicht mehr als 5 Grad und es ist windig. Aber ich finde es angenehm. Zieht man halt im Pullover mehr an. So, was haben wir denn für einen Tee dabei? Es ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Ein total günstiger Standard-Aldi-Apfel-Zitronen-Tee. Mit ein bisschen lecker Krustenkandys, wie sich das für den Norddeutschen gehört. Das mache ich mir jetzt mal entspannt. Und während dem Tee können wir, wenn er fertig ist, natürlich zusammen noch ein bisschen quatschen. So, während der Tee zieht, können wir natürlich schon mal ein bisschen anfangen zu quatschen. Ich finde, dass ich euch ein bisschen eine Erklärung schuldig bin, warum einfach überhaupt nichts im Moment so richtig kommt. So, dass das jetzt das erste Video seit einer relativ langen Zeit wieder ist. Das hat damit zu tun mit gesundheitlichen Problemen. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten vor allen Dingen sehr viel zwischen Ärzten hin und her gelaufen. Ich hatte schon immer Asthma, aber das ist schlimmer geworden, sodass die Dosis verdoppelt werden musste. Dann hat man eine Schlafapnoe festgestellt. Dann hatte ich so ein Maschinchen zu Hause, was getestet hat, wie doll das bei mir ist. Und das ist anscheinend richtig heftig. Also ich habe teilweise drei Minuten Atemaussetzer. Wer nicht weiß, was Schlafapnoe ist, das ist, dass der Rachen sich verkrampft beim Schlafen und dabei natürlich Schnarchen verursacht. Und je nachdem, wie stark das ist, kann das halt auch gefährlich werden. Und ich habe das halt so stark, dass es bei mir gefährlich ist. Also ich habe Atemaussetzer von drei Minuten und irgendwann merkt der Körper, okay, da ist keine Luft mehr. Ich ersticke und dann sendet er so ein Signal, Adrenalin an den Körper und holt mich sozusagen aus dem Schlaf raus. Ich kann mich daran aktiv dann fast nie erinnern, aber das passiert mehrmals in der Nacht. Und dadurch kann ich natürlich nicht vernünftig schlafen. Die Sauerstoffsättigung fällt. Ich habe Schlaganfallrisiko erhöht. Ich bin morgens völlig geredert, selbst wenn ich zehn Stunden schlafe, elf Stunden schlafe, zwölf Stunden schlafe. Den ganzen Tag Migräne, ich bin überhaupt nicht leistungsfähig und so weiter und so fort. Dazu habe ich auch noch eine schiefe Nasenscheidewand und auch noch durch meine Allergien gegen alle Pollen, die es gibt, einfach eine dauerhaft chronisch geschwollene Nasenschleimhaut. Und das alles zusammen sind alles chronische Atemwegserkrankungen, die in den letzten Jahren schlimmer geworden sind und sich wohl aufpotenziert haben. Ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist, weil vor zwei Jahren war ich ja noch fähig, den Westweg zu laufen. Und vor einem Jahr war ich ja auch noch auf dem Heidschnuckenweg. Das ging. Draußen ist ja sowieso immer ein bisschen angenehmer als in der Wohnung und in der Stadt, seien wir mal ehrlich, weil da ist bessere Luft normalerweise. Und das alles zusammen führt halt dazu, dass es mir im Moment nicht besonders gut geht und ich bald aber einen Schlaflabortermin habe in knapp einem Monat. Und dann kriege ich vielleicht in zwei, drei Monaten eine Maschine, die im Schlaf dafür sorgt, dass ich wieder atme. Vernünftig. Und dann kann es auch wieder sein, dass ich wieder, also niemals voll leistungsfähig bin, aber dass ich wieder vernünftig leistungsfähig im Alltag bin, was ich jetzt halt nicht bin, weil jetzt bin ich die ganze Zeit zu Hause. Dadurch bin ich natürlich bei dem bösen C-Wort, was ich ja ein bisschen gesagt habe, dass ich das nicht mehr so gerne höre am Anfang des Videos, bin ich natürlich auch eine starke Risikogruppe. Das muss man halt ganz einfach sagen. Das heißt, ich bin sowieso drin und drin und wenn, dann gehe ich halt raus in den Wald. Je nachdem, wie es mir dann halt geht. Heute zum Beispiel ist ein guter Tag, aber ich muss dann meistens auch den ganzen Tag Schmerzmittel nehmen, damit ich halbwegs über den Tag rüberkomme und so weiter und so fort. Und jetzt, wo ich das wirklich alles weiß, sehr sicher weiß, wo ich die Diagnosen habe, kann ich mit euch auch ein bisschen darüber reden, weil das hat sich natürlich alles über Wochen und vor allen Dingen halt Monate hingezogen, jetzt alles. Und jetzt weiß ich ungefähr Bescheid und jetzt hoffe ich darauf, dass, wenn ich die Maschine habe, dass dann, ja, wie gesagt, leistungsfähig ist. Es fällt mir kein Business-Wort ein. Das ist auch wieder lebensfähig, würde ich fast dazu sagen, an manchen Tagen, wo es besonders schlimm ist natürlich, dass ich dann wieder leistungs- und lebensfähig richtig bin und dadurch natürlich auch leistungsfähig genug den YouTube-Kanal zu betreiben und so weiter und so fort. Worauf ich halt einfach Lust habe. Aber es geht halt nicht, wenn du ungefähr 1600 Milligramm Schmerzmittel nehmen musst am Vormittag, damit du irgendwie durch den Tag kommst. Das ist dann nicht so geil. Ja. Und das ist so ziemlich der Stand der Dinge momentan. So, Teechen. Aber ich bin aber stark, also ich bin nicht stark überbelichtet, aber der Wald hinter mir, der ist ja heftig überbelichtet, ne? Ja, es liegt einfach an der krassen Sonne und ich sitze hier gerade so ein bisschen im Schatten. Entschuldigt das bitte. Mich könnt ihr ja vernünftig sehen. Und ich behaupte einfach mal, fürs Quatschen zumindest ist das die Hauptursache. Ansonsten geht das Samwise super zum Beispiel. Der ist jetzt gerade zwei Jahre alt geworden. Ist immer noch ein bisschen widerspenstig manchmal, wie das halt so mit jungen Hunden ist. Sehr aufgedreht. Jetzt gerade sind natürlich die ganzen Hunden inläufig. Das macht ihn total wuschig. Ich habe ihn heute ein bisschen freilaufen lassen im Wald, aber nur da, wo ich weiß, dass wirklich keine Sau da vorbeigeht und wo ich auch genug Einsicht habe, dass ich sehe, falls irgendwer oder irgendwas kommt, wo ich ihn wieder an die Leine nehmen muss. Wir haben auch noch keine Brutzeit, deshalb geht das auch noch halbwegs in Ordnung. Und ansonsten ist er halt wie jetzt gerade die ganze Zeit an der Leine angebunden. Aber insgesamt geht es ihm gut. Tja, ich hoffe, ich habe euch nicht mit den Nachrichten runtergezogen, weil das war, wenn überhaupt nicht, meine Absicht, muss ich sagen. Ich wollte euch einfach nur mal mitgeteilt haben, warum in den letzten Wochen einfach gar keine Videos gekommen sind. Ich bin aber guter Dinge, sobald sich das mit der Gesundheit wieder ein bisschen besser geklärt hat, dass da auch mehr Videos wieder kommen werden. Ansonsten lasst uns doch zusammen noch den Tee genießen. Oder lasst uns noch ein bisschen warten, weil er heiß ist. Eine Frage ergibt sich natürlich daraus. Wenn ich so eine Maschine brauche, um damit vernünftig schlafen zu können. Die sind jetzt nicht riesig. Es geht, glaube ich, weniger um das Gewicht der Maschine, als darum, dass das Ding Strom braucht. Und zwar teilweise gar nicht so wenig Strom. Daraus ergibt sich die Frage, wie ist es dann mit Langstreckenwanderung oder überhaupt mit Übernachtung draußen, wo ich keine Steckdose oder ähnliches habe. Ja, das frage ich mich auch noch. Es ist natürlich, also, ich habe mal ungefähr geguckt, was die an Strom verbrauchen. Und wenn es nur um Buschkraft, Wochenende geht, wo man mit dem Auto hinfährt, das draußen ein Zelt reinstellt, dann könnte man so eine große Festival-Batterie mitnehmen. Für einen Buschkraft, also im Sommer, im Winter kannst du ja vergessen mit den Akkus, aber für einen Buschkraft draußen sein für eine Nacht, könnte vielleicht auch noch funktionieren mit dem Strom, wenn man eine relativ große Batterie hat. Also eine normale Powerbank mit 20.000 mAh, die reicht halt nicht. Da muss schon eine Kilowattstunde fast her, je nach Dauer des Schlafes, je nach Ausführung und so weiter und so fort. Und ich sage mal so, also ich rechne nicht mehr damit, dass ich fähig sein werde, Langstreckenwanderungen autark zu machen. Autark meine ich mit nur draußen schlafen. Das bedeutet, ich gehe davon aus, ich werde, wenn ich Langstreckenwanderungen mache, mit Übernachtungen nur noch in Hütten, also mit Strom halt, oder Jugendherbergen oder ähnliches machen, beziehungsweise die Familie meiner Frau hat ja ein Wohnmobil, dass ich damit vielleicht mal einiges mache. Damit kann ich dann auch mehr Tagestouren machen, wo ich dann sozusagen immer Rundwanderungen habe. Ich fahre irgendwo mit dem Wohnmobil hin, wandere eine Strecke im Kreis sozusagen und fahre dann am nächsten Tag weiter. Das kann ich mir halt auch schon vorstellen. Da gibt es aber viele ungeklärte Fragen, wo ich auch noch nicht so ganz genau weiß, wie das laufen wird. Aber Langstreckenwanderungen autark sehe ich nicht mehr. Also vor allen Dingen, weil ich halt einfach schlaganfallgefährdet bin. Es ist ja nicht so, dass, also wenn es nur um die Kopfschmerzen gehen würde, ja, dann packe ich mir ein paar Schmerzmittel ein und dann geht das schon. Dann wandelt man halt weiter am nächsten Tag. Aber wenn ich irgendwo auf dem Westweg, auf dem Berg bin und ich bin fünf Kilometer weg vom nächsten Krankenhaus, also vom nächsten Dorf und vom nächsten Krankenhaus vielleicht sogar 30, 40 Kilometer und ich habe einen Schlaganfall und bin alleine unterwegs. Ja, Halleluja. Der Hund kann keinen Notruf-Helikopter rufen. Das funktioniert nicht. Tja, das ist scheiße. Und mit dem Geld weiß ich halt auch noch nicht. Weil im Moment kann ich natürlich nicht vernünftig arbeiten. Das klappt einfach nicht, weil ich nie sagen kann, ob es mir an dem Tag gut genug geht, um vernünftig aufzustehen überhaupt den Tag über oder nicht. Da weiß ich halt auch noch nicht. Und jetzt bin ich natürlich gerade arbeitslos gemeldet und das Jobcenter will nicht zahlen. Und die Krankenkasse versucht natürlich auch nicht zu zahlen, wie das halt immer so mit Institutionen, mit staatlichen ist. Ja, mal gucken. Im Moment muss halt meine Frau den Hauptlöwenanteil im Haushalt leisten und ja, die ist Logopädin. Jetzt geht sie dann zwei Wochen in den bezahlten Urlaub, weil halt die Leute sich nicht mehr so viel therapieren lassen wollen. Natürlich. Wer möchte jetzt schon gerade groß aus dem Haus gehen? Eigentlich kaum einer. Und wenn die zum Beispiel, also wenn meine Frau den Job verlieren würde oder der so weit runtergehen würde, dass er sowieso auf Hartz-IV-Niveau ist, weil das ist ja eine Nachfrage. Wenn die Nachfrage nicht mehr da ist nach Therapiestunden für Logopädie, weil die Leute nicht aus dem Haus gehen wollen, weil sie Angst haben, sich anzustecken, dann bringt dir ja auch der geilste Job nichts, weil dann kannst du ihn halt einfach nicht machen und bekommst kein Geld. Und wie das dann funktionieren soll, das weiß ich noch überhaupt nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, sehr, sehr vielen Menschen geht das im Moment so. Also, das ist ja unfassbar. Also was die ganzen Selbstständigen, klar, es gibt noch viele andere Berufe, die echt Probleme haben, aber Solo-Selbstständige, wie man so schön sagt, haben halt auch meistens am wenigsten Ersparnisse, weil sie halt mit am schlechtesten bezahlt werden. Denen geht es schon echt scheiße, muss ich sagen. Ich habe ein paar Musikerfreunde, bin ja selber auch Musiker, Hobbymusiker. Ja, die sind am Arsch, kannst du nicht anders sagen. So, das soll es aber auch jetzt hier gewesen sein mit dieser negativen Stimmung. Guck dir das an. Schön, lecker und alles ist wunderbar. Meine Freunde, dieser kleine Waldtag ist leider schon vorbei. Ich hoffe, das Video dazu hat euch gefallen. Ihr findet auf diesem Kanal natürlich noch viele weitere Videos. Klickt euch da einfach mal durch. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass es in nächster Zeit besser wird und ich dann auch wieder viel mehr Videos für euch aufnehmen kann. Ich wünsche euch alles Gute in diesen Zeiten und bis zu den nächsten Videos dahin. Tschüss, tschüss.